Hi Ladies! Sherin hat mich gebeten, hier ein Outfit für den Strand zu kreieren, was die einen oder anderen Pfunde wegschummelt. Und wie ihr seht, habe ich dir diesen Gefallen getan und dir etwas ganz Spezielles zurechtgerückt. Aber bevor ich auf die Details eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video finde ich auch nochmal alle Details zu den Sales, damit ihr nichts verpasst. Sherin hat mir geschrieben, dass sie nicht unbedingt die Modelmaße hat und trotzdem sehr gerne an den Strand flanieren geht oder direkt einfach sich nur sonnt. Und hat mich gebeten, ihr ein Outfit zu kreieren, wo man doch die ein oder anderen Pfunde einfach mal so wegschummelt. Und Sherin und ihr passt jetzt genau auf, denn ich habe jetzt den Trend für diesen Sommer, was euch wunderschön aussehen lässt und ja, wirklich mehrere Pfunde einfach mal so wegschummelt. Und schaut euch mal dieses wunderschöne Kleid an. Das Muster seht ihr sofort in diesem orientalischen, marokkanischen Stil. Dieser Stil ist diesen Sommer der Trend. Und ich denke sogar, das wird sich noch lange herausziehen, weil es ist ein zeitloses Muster, weil diese Muster wurden schon vor Ewigkeiten quasi ja kreiert und designt. Und somit könnt ihr euch sicher sein, wenn ihr euch so ein schönes Strandleit wie dieses Jahr versorgt, dass ihr das ewig als euer Lieblingsteil im Sommer tragen könnt. Aber warum ein paar Pfunde wegschummeln? Ganz einfach. Ich fange jetzt mal im oben Bereich an, denn hier ist eine schöne Symbiose mit einem V-Ausschnitt hinten und vorne gebildet, dass ihr erstmal ein wunderschönes Dekolleté bekommt und auch ein bisschen den Rücken rausflitzt, was euch automatisch schon mal ein bisschen schlanker macht. Und unterhalb der Brust ist eine Schnürung mit einer wunderschönen Schleife, wo ihr das Kleid individuell auf eure Größe einstellen könnt und somit auch einen kleinen Bauch wegzaubern könnt und so weiter. Also ihr seht, dieses Kleid ist ein kleiner Outrounder und für die Sommertage und am Strand perfekt geeignet. Und ich denke, hier habt ihr ein Kleid, was ihr am Strand und um den Strand herum und auf Partys und selbst zum Shoppen tragen könnt und euch pudelwohl darin fühlt. Aber es geht noch besser, denn die Accessoires kann man dann noch so dazu kreieren, dass es noch hübscher, noch schlanker und schöner geht. Denn zu diesem Kleid empfehle ich euch so eine wunderschöne Sandale, die mit kleinen zarten Riemchen daherkommt, aber wiederum diese zarten Riemchen etwas, ja, edles ausstrahlen, damit, ja, oftmals gesagt, diese edle Note zu diesem Strandkleid dazukommt und man sieht, dass man halt, ja, am Fuß auch sehr schön aussehen kann. Und damit den Fuß nochmal richtig auftrumpft und natürlich die Beine, ja, hervorhebt. Ich denke, mit so einer Sandale könnt ihr nichts verkehrt machen und vor allem der Preis stimmt. Zu dem Kleid und der Sandale, was braucht ihr noch? Natürlich eine wunderschöne Strandtasche oder eine Shopper, wo genug reinpasst für den Strand. Und da empfehle ich euch so eine wunderschöne Leintasche. Ja, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Von der Farbe her, passend zum Kleid. Ich weiß, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Wenn ihr eher auf andere Farben steht, sucht euch aus, ich glaube, das waren vier Farben. Ich habe jetzt diese Farbe gewählt, passt perfekt zum Kleid. Und es passt jede Menge rein, egal ob ihr an der Strandpromenade flanieren geht, am Strand euch sonnt, wegen Sonnenmilch, Handtuch und alles, ihr braucht, oder zum Shoppen. Perfekt, ein kleiner Allrounder, passend zum Kleid. Aber ihr fragt mich dieses Mal, wo findest du diesen wunderschönen Schmuck zu diesen Kleidern? Das verrate ich euch natürlich unterhalb vom Video, aber der Schmuck zu diesem Kleid ist der Hammer. Denn schaut euch mal diese wunderschönen Federohrringe an und da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Schaut sie euch an, klickt drauf, da werden sie groß und die Details sind nicht nur einfache Federohrringe, sondern mit Perlen und Lederriemchen nochmal extra verziert. Und damit seid ihr für den Sommer perfekt gewappnet, weil, wenn es richtig warm ist, Ketten und Armreifen, das klebt dann nur an der Haut, deswegen kann man mit Ohrringen sehr viel richtig machen und auftrumpfen. Und ich denke mal, hier habt ihr ein Outfit für den Strand, für die Strandpromenade, was sich sehen lassen kann. Und Cherie, ich denke, hier habe ich genau deinen Geschmack getroffen und mache dich damit hoffentlich am Strand mega glücklich, wenn du der Mittelpunkt bist. Und wenn ihr, wie Cherie, so ein wunderschönes Outfit auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten in die Kommentare, so genau wie möglich, wohin ihr geht, was für eine Veranstaltung, wie ihr ausseht und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr es nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und die zugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?